Am Montag fand im Gesundheitsausschuss im Parlament eine Diskussion über den Entwurf der Novelle des Covid-19-Maßnahmen-Gesetzes statt. Im Ausschuss fand dazu auch ein öffentliches Experten-Hearing statt. Die FPÖ kritisierte bereits im Vorfeld, dass zahlreiche Bestimmungen viel zu unklar und wahrscheinlich auch nicht verfassungskonform seien. Was hier genau kritisiert wird, bringen wir nun in Erfahrung. Das Gesetz ist für mich schlichtweg verfassungswidrig, und zwar jede einzelne Bestimmung. Das Gesetz ist zu wenig inhaltlich determiniert. Es gibt dem Gesundheitsminister viel zu viel Spielraum bei seinen Verordnungen. Er kann den Lockdown eigentlich ohne weitere Bedingungen nur bei Auftreten von Covid-19, was immer das heißt, verhängen. Er kann uns schikanieren im öffentlichen Raum, er kann Betretungsverbote aussprechen, er kann Abstandsregelungen, wie es ihm einfällt. Die Maskenpflicht, die wir mit heute auch schon wieder umfangreicher haben. Und er muss sich hier eigentlich kaum an inhaltliche Vorgaben des Gesetzes halten. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Gesetz dann tatsächlich ausschauen wird, was am 23. im Nationalrat landet. Ich befürchte allerdings, dass wesentliche Kritikpunkte von uns nicht aufgegriffen werden. Die Bereitschaft dafür war heute nicht wirklich spürbar. Und das, was wir eigentlich ursprünglich haben wollen, das, was notwendig ist, nämlich dass das Epidemiegesetz in seiner Gesamtheit überarbeitet wird, das Covid-19-Maßnahmenpaket mit hineingenommen wird in das Epidemiegesetz, dass es einer breiten politischen Diskussion unter Hinzuziehung aller Experten, nicht nur der Verfassungsjuristen, sondern auch der Gesundheitsexperten, klarer definiert werden muss, wann was in Kraft zu treten hat und welche Maßnahmen dann auch angemessen sind. Das wäre eigentlich das, was notwendig wäre aus meiner Sicht. Und davon sind wir leider auch nach der heutigen Sitzung noch relativ weit entfernt. Das Covid-Gesetz war befristet bis 31. Dezember 2020. Und anstelle sich jetzt, wo lange Zeit eine Möglichkeit gewesen wäre, systematisch sich zu überlegen, wie man mit mündigen Bürgerinnen und Bürgern Österreichs besser verfährt, als mit polizeistaatlichen Instrumentarien von Zwang, Kontrolle und Sanktionen, Strafen, das ist leider nicht genutzt worden. Im Ausschuss jetzt bemerkenswert war, dass sich Herr Gesundheitsminister Anschober nicht einmal die Mühe macht, sich zu Wort zu melden und sein Gesetz in irgendeiner Form vorzustellen oder zu verteidigen. Und das bei einem Gesetz, das solche massiven Grundrechtseingriffe der Bürger mit sich bringt, das ist eigentlich wirklich eine Schande, wenn sich da der Minister nicht einmal im Ausschuss zu Wort meldet.